Was ist der Fahrt da? Wahrscheinlich weil sie davor räumen. Wegen den Reimfahrzeugen. So ein Idiot. Der kommt da ewig vorbei. Ja. Ja. Kannst du gerne mal die Wiese holen. Viel Spaß. Was macht der ganz linken Spruch? Ganz näher so, oder? Ja. Zwischen den beiden Motor. Ja klar. Ich hab mir gestern Abend erst eine Latagne auf Arbeit mitgenommen. Das ist doch Provokativ. Aber man kriegt's auch bei uns mit. Die wird kaum bestellt. Und auch Totilini. Das ist doch Provokativ. Ich hab' den Reimfahrzeugen. Ich hab' den Reimfahrzeugen. Ja, aktuell. Also die Bollonais-Soße die ist so fertig. Ja, wahrscheinlich ist das jetzt nichts. Ja, das ist wahrscheinlich nicht. Das ist schlimm. Heute haben sie ja auch in Waffenrechtsmusik. Die sind aber auch hier aufzuhalten. Ja. Genial, ich hoffe das ist alles drauf. Na, was denn da seitdem rausgekommt, auf so irgendeinem Spur. Man hat sie doch schon verbreiten lassen. Das ist das Steuberträger. Wollen wir jetzt die wegträgen, oder was? Das ist noch nicht normal. Ja, das ist jetzt erstmal... Finden sie's überall, weil sie vorher nie wirklich drauf getestet haben. Einfach. Und da es jetzt noch rausgekommen ist, haben sie so gedacht, halt überall ja, oh komm, war halt auch was falsch. Machen wir die Gucken. Das kann man cool in irgendeinem schönen, schittigen Musiklied als Video nehmen. Am besten ist eigentlich natürlich noch Dämmerung oder so. Und da muss ich noch mal gucken müssen. Aber dann müssen wir die nachher kommen müssen. Und da muss ich jetzt zufrieden kommen müssen. Und da müssen wir die nachher kommen müssen. Und dann haben wir auch ein bisschen zu sehen. Da fahren wir jetzt vor uns. Freuen wir auch seitens hier? Ja, ja klar. Seitens mit Räuche fahren wir auch? Seitens mit Räuche fahren wir auch? Entschuldigung. Wir wollen ja grad einen Abfahrt. Ach, glaube ich nicht, dass das irgendwie... Das war ich zu bezweifeln. Wenn ich jetzt auf der Kamera komme. Das ist super. Das ist super. Das ist super. Wenn wir jetzt Jamie. Das ist super. Das ist super. Das ist super. Aber wir freuen uns, dass die Jamie da war, oder? Die zeigen sich zu viel. Die Jamie kann ich mir doch schon vorstellen. Wobei wir ja da nicht grad sehr viel haben, wo sowas wie die Anilum angeht. Das ist wohl schon echt. Der hat sich für eine krasse Pause. Das ist ja jetzt. Ich glaube, dass wir jetzt wieder einkommen haben. Das ist ja nur Spanierkasten. Ach so, oder nicht? Ach so, oder nicht?